Bumm, da war gar kein Bumm. Ne, ich nehm deins. Ich hab's nicht genau mit dir. Okay, verstehe. Ja, willkommen zurück hier bei Cryo 4, ähm, schon draußen. Ja, nachdem das Game beim ersten Versuch mal wieder abgekackt ist. Das wird mein Lieblingsgame, ich weiß es jetzt schon. Meins auch, und, ähm, willkommen zurück bei The Forest. Ja. Oh, Alter, ich hab überhaupt keine Lust mehr, weißt du das? Wer geht vor? Ich bin hier von... Ich nicht. Never. Ähm, ich hab hier vorhin eingeloggt und hier waren gleich so viele Geräusche. Nicht irgendwas. Ein Ast? Das ist noch ein Magazin. Hier liegt ne Pumpe. Willst du da ne Pumpe haben? Wo? Ich hab doch schon ne Waffe. Ach Leute, du hast ja eine. Also nicht das hier. Hier liegt noch ein Stopp. Ja, wieso nicht, ne? Einen Stock mal mitnehmen. Komm mal, hier liegt nur ne Spritze. Nimm. Nimm, 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 nimm. Ne, ich hab. Will ich noch ein Magazin? Oh, scheiße. Warum so viele Magazine? Nimm du. Ähm, das ist ne gute Frage. Oh Gott. Hat hier noch eine Pumpe? Noch ne Spritze? Ach, geht nicht. Oder es respawnt das? Nein, 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 nein. Aber auf jeden Fall liegt hier vorne noch ne Spritze? Ich hab schon eine. Ja, me too, me too. Nehmen wir mal an, dass... Für vier Personen ausgelegt ist? Oder das, ja. Ich sag erst mal deins. Oder dass es hier bald voll abgehen wird. Alter! Was ist das? Kann man das töten? Da unten auf den Kopf, oder was? Zieh nicht so aus, ne? Ich renne mal vorbei, okay? Oder? Da hinten ist ein Riesenmann. Nicht, nicht, nicht. Auf dem Steg ist ein Riesending. Musst mal beim Blitz drauf achten. Beim Blitz kommt hinten auf dem Steg. Da. Hast du gesehen? Nein, der kommt direkt auf uns zu. Was mit dem? Warte mal. Okay. Können wir den nicht töten, oder wat? Okay. Der war down. Ähm. Ich muss mal im Fix die Waffe wechseln. Alter. Ist das euer Ernst, oder wat? Was hat der für ne Range? Aua! Oh Gott! Ja, versteckst du dich hinter mir, oder was? Geht's dir zu gut, Schatz? Wo ist denn jeder Kopf von dem Ding? Oh, fuck. M-m. Hm. Okay. Langsam, langsam. Alle! Wie alle? Wow. Wer hechelt denn hier so? Warte, ich glaube nicht, ja. Ähm. Ich glaube, den kann man nicht töten, oder? Ich glaube, ich habe keine Munition mehr. Oh, fuck. Lass mich vorbei! Doch, das sieht so aus. Oh, so langsam wird's eng hier. Ich will nochmal gucken. Nee, da gibt's nur noch Spritzen. Lass uns weiter, okay? Nee. Wie, nee? Mag nicht. Komm her! Nein! Komm mit mir in eine Welt voller Abenteuer. Hier auf dem dunklen Steg... Nee. Die Abzahl gefallen mir nicht. Ich zog jedes Mal zusammen. Geh du mal vor, bitte. Okay, komm, geh du mal vor. Das ist ein Magazin. Willst du das haben? Wenn ich vorgehen soll, ja, bitte. Ich nehme das von vorne, aber... Meins ist mein auch cool. Das ist... Wow. Das ist Pumpenmunition, ne? Oh, ja. Aua! Aua! Loll! Oh, lol. Hab ich jetzt beide gesammelt? Nee, nur eine. Mein Auge hat gerade gejuckt. Das ist eine Falle hier bei 100 Promiter Waffe. Alter! Ach, da ist auch noch einer geradeaus drauf zu... Okay. Das ist ein Sniper. Ähm, anderen Weg, oder was? Da kommt noch... Alter, hier kommt irgendwas Schnelles. Von rechts. Ähm... Kilsi, Kilsi, Kilsi. Leer! Meiner auch! Nein! Reload, Alter! What the fuck? Nein! Nein! Scheiße! Bist du tot? Nein. Beleb mich wieder. Weißt du, wie weit ich weg bin? Beleb mich wieder. Warte her. Ähm... Oh, fuck. Really? Wir haben ein kleines Problem. Nee, nee. Oh, doch. Meinst du den Dicken da? Ich meine den... Großen da. Das ist hier. Wieso kann ich den nicht einsammeln? Achso. Warte mal ganz kurz. Das kriegen wir hin. Hört sich einem interessant an. Ich bin gerade voll konzentriert. Ich glaube, der ist da verbuggt. Der kommt gar nicht durch oder so. Oh, fuck. Habe ich hier noch was drauf? Natürlich nicht. Lass dir Zeit. Mhm. Ich liege dir nur bewusstlos. Leute, habt ihr eine Idee? Ich habe keine Mohnen mehr. Hm. Mit dem Schlagstock? Oder einfach so? Ob wir leben? Das geht bestimmt. Der kommt da nicht durch. Das ist bestimmt eine Klatsche. Ja. Ach, der Typ ist auch noch da. Dann ist das ein Kreisverkehr. Finde ich da hinten vielleicht noch andere Munition? Oh, fuck. Ich könnte auch Space drücken. Alles gut? Nein. Aua. Ja, come on. Hör doch mal auf mit dem Scheiß hier. Aua. Hier noch einer da. Oh, fuck. 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 Soll ich Respawn drücken? Ja, warte mal. Wenn ich jetzt hier nichts finde, müssen wir es eh. Aua. Oh, da ist ja noch so ein großer. Aua. Ich bin eh gleich match. Okay, Game Over. Das sind viel zu viele. Definitiv, ja. Ja, auf jeden Fall ist Kreisverkehr. Ging es da hinten weiter? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch ein Kreisverkehr. Was wir aus den Dateien machen. Das ist eine lange Folge. Ganz ruhig bleiben. War hier nicht irgendwo. Hier ist noch ein Gewehr. Hast du ein Gewehr? Ja, ein Gewehr habe ich. Aber wir sind schon das Magazin da. Wahrscheinlich sind wir totale Noobs. Da gibt es wahrscheinlich überall Schwachstellen. Was war das gerade? Könnte ich mir regelrecht vorstellen. Weißt du, dass hier irgendwie... Ja, kann sein. So nach dem Motto, schieß doch lieber auf den Zentakelarm oder so. Anstatt auf den Kopf. Ja, wie ihr hackt hier. So, hier ist ja das Ding, ne. Hier kommen ja erstmal diese ganzen Kackdinger. Kommen die schon? Ja. Scheiß Pflanze, oder? Das ist, ey. Vorsicht, geht los, ne. Oh nein! Schießt! Komm on, lass mich durch! Lebst du noch? Ja. Vor allem, wie die immer atmen, ey. Ja, das war das, was ich von meinte. Ich schieß mal durch deinen Kopf durch, auf den. Lol. So, dann hast du aber auch wieder Muni. Ja, ich hab noch zweimal gezieht. Oh, lol. Das ist der zweite gleich am Start, oder was? Ich hab keinen Ausdauer mehr. Ich muss mir hier mal eine Spitze gönnen. Have fun. Wow. Ich mein, wir können ja hinten am Ende, ähm, ein bisschen aufräumen, aber das ist nur die Frage. Aua. Aua. Hier ist immer so eine Kackstelle, ne? Mhm. Den werde ich töten, ja? Zumal jetzt von da hinten auch der große, glaub ich, kommt. Ach so. Hm. Du kannst ja auch mal andersrum gehen, ne? Nee, lass lieber den einen Weg, oder? Ich glaub, der andere ist aber nicht so verwinkelt. Ach, wir sind jetzt kurz vorm Ziel kommen. Schaffen wir schon. Ja, den sind wir vorhin gegangen. Was? Da hinten kommt sie. Genau. Wo ist er denn? Ah, fuck, Mann. Na, da ganz hinten. Okay. Warte mal, ich drück mir mal eben fix eine Spritze. Das wollte ich gerade machen, aber gut. Können die, ja? Aber da ist doch Ende. Aua. Da ist Ende. Da ist nicht Ende. Da ist Ende, schwörst du? Nein. Ach so, nein. Oh, scheiße. Oh, fuck. Ich hab keine Aus... Alter. Nein. Nein. Nein, ich schläge auf dir hin. Scheiße. Oh, nein. Jetzt kommt der große noch von hinten. Der große kommt noch von hinten. Go, 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 go. Hier. Ja, toll. Die Spritze? Nee, keiner mehr. Oh, lol. Nein! Nein! Ähm. Vor allem, was hat der für einen Arm? Was hat der für einen Arm, bitte? Ein Lange. Das ist awesome. Really. Mhm. Fucking really. Fucking really. Really is your time. Vor allem, was hat der für eine Ausdauer, der Typ, weißt du? Junge, es geht um dein Leben, weißt du? Wie sie einfach stehen bleibt, ne? Oh, lol. Oh, shit, da ist irgendwas hinter mir. Aua. Der Typ, ja, der Typ, mit den langen Armen. Also sparsam ist was anderes. Oh nein, der nächste große. Lad doch nach. Geh weg. Na, lol. Ja. One-Hit, oder was? Das sah so aus, ja. Okay. Okay, bis bald wieder da. Verbrauchst du denn da... ...ne Spritze für? Nee, ne? Nein, nein, nein. Ah. Ich muss mir aber eben mal fix eine drücken. Scheiß-Dinger, ey. Vielleicht sollten wir am Ende ein bisschen mehr aufräumen. Ja, ich glaube auch. Alter. Nee, ich wollte jetzt gerade vorbeihupfen. Hupfen? Ja. Ich würde den am liebsten wegknallen. Ja, da kommt aber von Recht jetzt schon Big Mama. Big Mama? Nee, noch ist ruhig. Der geht ja noch. Der, der gerade auskommt, ist wesentlich schlimmer, finde ich. Wow. Okay. Du bist also wieder links... Oh, scheiße. Links lang. Achtung. Alter, dieses Gehecheln, ne? Ja, das ist so fucking creepy. Aber... Ich bin gerade am überlegen, ob wir hier den großen noch killen. Ja, das wäre am besten. Ich bin gerade am überlegen, ob wir hier den großen noch killen haben. Okay. Die war leer, ne? Fuck. War das der große, der uns vorhin da eingeholt hat? Ja. Das war der. Da kann ich mir... Oh, shit. Na, die sitzt ja perfekt. Okay, ich muss mir eine Spritze setzen. Ja, lieber, ne? Ich würde sagen, ab der Kreuzung, wo du bist, vielleicht doch dezent jeden zweiten wegräumen oder so. Der jetzt links von dir ist? Der, der muss weg, das stimmt, ja. Genau. Scheiß Typ, ey. Der muss nicht unbedingt weg. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Bin durch. Okay, ähm, ich werde es nicht schaffen, weil die jetzt alle draußen sind. Und, ähm, der, wenn du zurückgehst, links von dir. Der ist ziemlich heavy, glaube ich. Ja, warte. So. Okay. Aua. Wow, fuck. Gönn dir. Was? Gönn dir einfach. Ich kann nicht. Inventory full. Ähm, drop. Eine Glock. Okay. Da liegt noch eine. Okay, warte, warte, warte. Ich habe mal den Stopp weggeschmissen dafür. Ähm. Wie geht es munitionstechnisch aus? Alter. Oh, das Ende. Das Ende. Und da können wir endlich einen Cut setzen. Erst mal gucken. Hier liegt mir auch noch ein Ast. Nicht, dass hier noch Magazine liegen. Selbst wenn, ähm. werden wir wahrscheinlich drum brauchen, ne? Ja. Okay. Warum es denn? Nee, du bist so ein Light? Okay. Ja, wie dem auch sei. Ziemlich lange Folge. Mal gucken, äh, was daraus wird. Und hoffentlich diesmal mit Fizzcam. Ja. Ja, und so. Und so. Ja, macht's gut. Bis, bis zum nächsten Mal bei Cryo 4. Bis zum nächsten Mal, genau. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö.